Der Spieler mit Nummer 19 von der Sauberknei im zweiten Abkommen mit Stoppfladen. Der Spieler mit Nummer 19 von der Sauberknei im zweiten Abkommen mit Stoppfladen. Von Cámara kann ich die Ausgleichung eines jüngeren Abkommen mit Stoppflade. Je Tolbertadmüchner mit Nürnberg mit Dänemarken, die Stürmerknei im zweiten Abkommen ausgelöst werden. Ich glaube, wir kriegen vier Feldspieler. Ich glaube, wir kriegen vier Feldspieler.